Anton Balzer, Herzlichen Glückwunsch mit deinem Bronze Medal in der Juniors Race. Letztes Jahr wurde du 5. und heute ist es eine Bronze Medal. Sind Sie glücklich? Ja, vielen Dank. Die Race war sehr gut für mich. Wir haben mit der Türkei sehr stark angefangen, aber ich habe einen guten Tag. Ich bin wirklich glücklich. Letztes Jahr war es nur Uphill, heute ist es Up- und Down. Welche Kursen möchtest du? Ich denke, Up-Hill ist besser für mich. Aber heute war ich auf dem Down-Hill nicht so lang. Der Down-Hill war sehr gut. Und die Konditionen hier? Es war heiß. Aber die Türkei war sehr schön. Es war nicht so flatt. Aber das war gut für mich. Und ja. Ich habe gesehen, dass die zwei Türkei in der Mitte und dann warst du mit Russischen Athleten. Ja, die Türkei waren sehr stark. Ich habe versucht, sie zu catchen, aber sie waren zu schnell für mich. Nach der ersten Runde war ich auf der dritten Position. Aber auf dem Down-Hill war ich schneller und schneller. Und dann wurde ich 30 Sekunden vor dem Russischen Athleten. Und ja. Und dann habe ich das dritte. Es war sehr gut. Das Jahr hast du auch eine europäische Medal gewonnen. In einem anderen Sport. Welcher Sport? In Ski-Mountaineering. Ja. Das ist mein Hauptsport. Und ich mag das sehr. Aber mountain-Running ist auch schön. In Ski-Mountaineering bist du Europäische Champion. Und ich habe das noch mit dem Sommer in Ski-Mountaineer kombiniert. Ja. So, 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 ich denke, es ist, es ist, es ist, Ein bisschen. Die Organisation hat das hier in historische Platz mit den Romanen Settlements. So, ja. So, ja. So, ja. So, ich denke, es ist, es ist, so, ich denke, aber hier wirklich sehr gemalt. So,querere hier spiegenden Ski-Mountaineerung. So, ja. So, ja. So, ja. Untertitelung des ZDF, 2020